David Dorn, ich fürchte mich mal, Lord. Na sag es doch! Ihr sagt alle nichts. Wir sind verloren. Irgendwie geht die Mission länger als gedacht. Ich dachte, es waren nur ein, zwei Angriffe der Ratte, aber... Aber jetzt... Aber jetzt... Knall. Hm, ich will jetzt gar nicht überlegen, ob das ein oder zwei Parts werden. Das ist jetzt so knapp an der Grenze, glaube ich, oder? Ähm, ich will eigentlich immer noch nicht das Pech anzünden. Nein, ich weigere mich. Ich zünde nur glückliches Pech an. Ähm, ja, genau. Hm, hm. Weg mit den Leitern! Auch mit den Halbleitern. Schiebt sie weg! Könnte ich noch mehr Bögen machen. Ja, verdammt, Smeergold meldet sich wieder. Ich sag Smeergold. Och, warum müsst ihr denn immer meine Holzfüllerhütten kaputt machen? Die haben euch doch gar nichts getan. Aber ganz ehrlich, wir haben eh genug Holz hier brauchen. Jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir gehen hart Schweiners. Wir haben immer noch Steuern, oder? Hm, nein. Wir bekommen auch so wenig rein. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwas anderes Beliebtheit bekommen. Aber wir kriegen ja nur Doppelterationen. Das sei denn, warum lassen die eigentlich meine Käse reinstehen? Leute, warum tut ihr das? Die Burg hat Stand gehalten. Ihr kämpft nicht richtig. Ihr lasst mich gewinnen. Ja, ich würde sagen, damit wird die Ratte das erste Mal zurückgeschlagen, vorerst mal. Eine Botschaft von euren Informanten. Ihr habt euch wacker geschlagen. Der Feind ist vertrieben. Doch ein noch tödlicherer ist auf dem Weg. Na wunderbar, nicht wahr? Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Und wer wird das wohl sein? In Bewegung. Hm. Hallöchen. Da ist er auch ein bisschen angeknabbert worden. Es ist Frieda, die Kuh. Mit ihrer Rinderarmee. Aus dem Kuhlevel. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Irgendwo noch zum Präparieren. Ja, ein ganz kleines bisschen überall. Das ist... Wenn wir schon keinen Stein haben, deswegen gehe ich schon sparsam damit um. Ansonsten ist eigentlich alles okay. Okay, okay, okay. Ein paar Lanzenträger mehr zu... Warum haben wir so wenig Nahrung? Ich glaube, es wäre doch einfach klüger gewesen von Anfang an. Kunstspeicher umzuplatzieren und hier noch eine Käserei zu machen. Das Problem ist halt einfach... Die Jägereien sind viel... Die Jägereien. Höh. Die Jägerstände sind viel zu ineffizient. Die Jägereien. Alter. Hm. Bis es hier losgeht, kann es auch noch ein bisschen dauern. Hier wird auch gemacht. Das Problem ist halt einfach... Das größte Problem bei den Käsereien ist, die bringen zu wenig Ertrag dafür, dass sie so lange brauchen. Angeblich hieß es ja immer, dass Käsereien die effektivsten sind nach den Bäckereien. Aber ich finde, dass die Apfelfarmen produktiver sind als die Käsereien. Die geben nämlich in einer schnelleren Rate das Zeug und die geben ebenfalls drei Güter, glaube ich. Die geben halt nur drei Güter. Ich glaube, normalerweise müssten Käsereien meines Erachtens vier bis fünf Güter geben, dass es sich wirklich lohnt. Aber nur für die Käseproduktion, es ist einfach nicht rentabel, wie ich finde. Hm. Könnt ihr euch erinnern, als ich beim Credits gesagt habe, ich habe mir tatsächlich damals... Ich habe mir damals wirklich so eine Schale mal nachgebaut. So ein Stück Fleisch, so ein Stück Käse, ein Apfel, ein Stück Brot. Aber ja, gesagt, ich war ja von Naht ins Trunkhold damals. Wie schon gesagt, das hat einen Teil meiner Kindheit beeinflusst und... Hey, was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Soll ich nackt tanzen? Gut, auch wenn es manchen vielleicht eine Freude machen würde, aber das bringt mir nichts. Ich brauche Geld. Nicht Bogenschützen. Der König kann mir ruhig mal seine Schatzkammer vorbeischicken. Aber gut. Ja, Bogenschützen sparen wir auch wieder Geld. Ich brauche irgendwoher Geld? Was ist nicht wahnsinnig? Ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Ich brauche mehr Nahrung. Mit der Nahrung kaufe ich mir Geld. Das ist wie mit meinen Freunden, die kaufe ich mir auch immer. So. Machen wir mal gleich die Steuern erstmal. Dass die Beliebtheit auch wieder ein bisschen hoch geht dafür. Aber wir müssen jetzt wieder... Wir haben so viele Waffen. Verflucht. Ferros, flucht das. Das hat was mit Eisen zu tun. Mumu. Mumu. Eine doppelte Kuh ist eine Mumu. Hm. So. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das ist auch ein Buggraben. Hm. Jetzt kommt wieder was rein. Hier, Fleisch bringt gleich noch gut. Fleisch dauert auch sehr, sehr lange. Gut, er geht jetzt zurück und merkt gleich wieder, oder? Er setzt sich erstmal hin. Nepp. Die Bogenschützen des Königs sind eingetroffen. Jaj, wo? Oh, 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 oh. Die brauchen gar keinen Wegweiser. Ist auch krass. 20 Bogenschützen, jawoll. Sind auf dem Weg. Und in lila. Lila ist die Königsfarbe. Guten Morgen, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Eine Botschaft des Schweins. Ich werde euch schlachten. Schlachte dich doch selber. Eure Befehle? Bringt Holz zum Lager. Kannst du mal Holz zum Lager bringen? Geh zur Arbeit. Den können wir weghauen. Wir haben genug. Hast du denn nicht mal das Holz vorbeigebracht? Guten Morgen, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Wo, 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 wo? Bringt Holz zum Lager. Wie lange braucht denn der noch? Ah, da ist er. Geh zur Arbeit, okay. Bin zur Stelle. Ich brauche jetzt nämlich... Ah, da haben wir schon wieder Goldprobleme. Sind auf dem Weg. Jetzt müssen wir kämpfen. Fight. Bogenschützen bereit. Könnte ich den Bogenschützen mal ein Mittel verteilen. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Königlich, wenn ich König, ihr wisst Bescheid. Hm. Bin zur Stelle. Wir müssen wir auf die Türme. Ja, in Bewegung. Denn Türme sind besser als Nicht-Türme. Die Truppen des Schweins greifen an. Wo? Pfff, mit Günther Power. Und, ach du Scheiße. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Was war die... Ähm, ähm, ähm. Verteidigung der Heimat. Dankeschön. Und speichern. Bin zur Stelle. Bemannst die Zinnen. Mein Bogen ist euer Herr. Mit den Finnen. Hey. Nicht auf meine Herkunft rumreiten. Eure Befehle? Äh. Pff. Bin zur Stelle. Fuck. Was? Was? Nee. Leute. Ja. Ich kündige. Der König kann sich selber verteidigen. Nee. Sieh im Visier. Oh, fuck. Mir geht schon ziemlich schnell der Stein aus, glaube ich. Ich glaube, mein Pech würde mir auch nicht mehr so lange helfen. Ach, shit. Ähm. Ähm. Die Verfahren sind auf dem Vorrang. Dave ist der Größte. Oh, shit. Ich werde hier zerbombt. Ich werde niemals kapitulieren. Hier jage ich mir einen Katapultstein durch den Kopf. Ach, verflucht. Hey, ich bin schon fast zerbombt hier. Das ist ja Wahnsinn. Ich bock in meinem Bunker. Der Bogenschützer. Ey. Nein. Hier wird bald alles. Ich bin bald zerschossen. Komplett. Habe ich hier noch irgendwo? Hier habe ich ein bisschen Pech. Komm. Mal anzünden, bitte. Dankeschön. Das ist sehr freundlich. So. Hier irgendwo noch was zum Anzünden. Ja, komm. Machen wir mal wieder an. Upsi. Ich glaube, wir sind, ähm, zerbombt. Wir sind nun offiziell zerbombt. Herzlichen Glückwunsch. Shit. Mir wird wieder, wieder gemacht. Ähm. Oh, fuck. Die sind ja alle gar nicht hier. Äh. Ja, ich glaube, wir werden jetzt kaputt gemacht. Die Katapulte waren's. Ich habe es genau gesehen. Scheiße. Die machen jetzt tot. Oh. 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 Schwein geharrt. Ey, die Katapulte waren das Schlimmste. Ansonsten hätte es vielleicht geklappt. Ihr seid besiegt. Okay. Ruhig. Runter, 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 runter. Bogen schützen bereit. Habe ich nicht gemacht. Schnell hin. Ziel im Visier. Wir bräuchten hier unten irgendwo einen Turm. Wir kriegen hier einen hin. Okay. Runter. Mein Bogen ist euer. Mein Herr. Unerreichbar. Eure Befehle? Unerreichbar. Bin zur Stelle. Die unerreichbar, die kenne ich gar nicht. Mach die gute. Mach die gute. Bin zur Stelle. Cocktails. Haben die gutes Bier? Äh. Was zum Teufel macht ihr hier unten? Kommt mal mit hoch. Ja. Vielleicht kriege ich von dir aus ein paar Katapulte mehr angeschossen. Das ist wichtig. Das will ich jetzt schaffen. Ich möchte jetzt nicht. Ich halte das. Das ist mein einziger Speicherstand. Wenn ich das versau. Dann kann ich sehen, wo ich bleib. Und so. Hm. Ich werde hier viel zu sehr zerballert. Das ist nicht gut. Das verursacht Karies. Bommt ein bisschen Wall. Schutzwall. Was ist das? Was war das? Genauso. Auch okay. Damit kann ich auch leben. Das ist in Ordnung. Mein Bogen ist teuer. Hm. Mein Herr. Ja okay. Okay. Ganz ehrlich. Das ist... Jo. Das war ein geiles Mangenfeuer. Das hat Spaß gemacht. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Das war ein... Ja. Apropos Feuer. Jawohl. Komm. Anda. Feuer. Nee, noch nicht. Wir sind ja trotzdem beizerschossen. Kann ruhig alles ein bisschen fixer gehen. Bin zur Stelle. Der Feind füllt den Burggraben einher. Sind auf dem Weg. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Kann man ruhig meinen Drucker auffüllen. Ach du Scheiße. Die Günther Armee ist im Anmarsch. Er schießt sie. Ja, wegschieben könnte sie von mir jetzt auch, aber er schießt sie vorrangig. Oh, shit. Wir sind gleich hier kaputt. Aber diesmal haben wir wenigstens noch die Türme. Alter. Warte noch ein bisschen jetzt entgegenlaufen. Oh, fuck. Ey. Oh, da haben wir immer noch einen Anzender. Oh, Scheiße. Stimmt. Ah, ganz ehrlich. Die werden jetzt auch keinen Unterschied machen. Nee. Alter. Letzte Angefärsübel. Mein Herr. Ziel im Visier. Das Problem ist, das sind auch Bogenschützen. Eure Befehle? Ganz ehrlich. In Bewegung. Risikogruppe. Rücken aus. Hätten wir wenigstens Gold, dann würde ich sagen, ich könnte jetzt im Notfall mal rekrutieren. Wir müssen die Katapulte loskriegen, bevor sie schießen können. Und das heißt, wir müssen die Baumeister wegschießen, bevor sie die Dinger besetzen. Und das geht, glaube ich, nur durch sich. Zum Glück habe ich gerade da gespeichert. Ich fürchte mich, mein Lord. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Kannst du mir glauben, Bauer. Brauchen noch ein paar Bauern im Notfall. Wir brauchen ja hauptsächlich Geld. Das ist unser größtes Problem. Gebt mir all euer Geld. Kommt, fangt an zu schießen, Leute. Ich kriege zu wenig. Ich kriege zu wenig. Eine Scheiße ist das. Und ich werde jetzt von den Steinen zermatscht hier auch noch. Das kommt mir wieder zu. Bam, bam, bam. Lief auch schon mal besser. Hat sich das gelohnt? Ich weiß nicht. Wir haben halt nichts von den Baumeistern abschießen können. Ich hätte es ein bisschen früher gebraucht. Ey, Leute. Kommt da hoch. Seid ihr des Wahnsinns? Jetzt habe ich halt meinen schönen Turm nicht platziert. Ja, das war ein schöner Turm. Kommt, vielleicht reicht es ja für ein bisschen Spaß. Leute. Leute. Warum zündet ihr nicht an? Anzünden. Seid ihr von Sinnen? Ja, jetzt ist es auch zu spät. Och, Mann. So, eine Kaka. Ja, Lanzenträger würden sie sagen. Wo haben wir noch die Lanzenträger? Da waren irgendwo noch Lanzenträger übrig, die von irgendwo gekommen sind. Da! Nee, ihr werdet jetzt nicht abgeschossen. Ich brauche euch hier vorne im Notfall. Toll. Die kommen jetzt nicht hoch, oder? Zack. Da haben sie mir das zerschossen. Oh, fuck. Kommt, mach die mal weg. Feuer, gefällig? Der Feind füllt den Boden an, Herr. Ei, 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 ei. Äh, der Angriff hat echt Pfeffer. Bin zur Stelle. Äh, ich kriege die hier wieder nicht weg. Die machen wir jetzt wieder das Torhaus kaputt. Können wir Fallen bauen? Nee, können wir nicht. Haben wir ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Pech haben wir da, aber bringt mir das was. Ihr könnt auf uns zählen. Toll, jetzt Bogenschützen. Werden nicht sehr glücklich hier werden, glaube ich. Na gut, die haben sich jetzt schön verteilt. Während die dann wieder rüberkommen... Die kommen jetzt gleich her. Vielleicht kriege ich die ja noch mittelangebrannt. Okay, auf geht's. Yay. Okay, ich seh kaum noch was. Jawoll, wir haben's. Puh. Oh, ja, ja, das war aber echt ne Geburt jetzt. Ich hätte mir das Pech doch früher bei der Ratte einsetzen sollen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Sehr schön. Ich glaub, das sind doch zwei Folgen. Sieht mir ganz stark danach aus. Wir bemötigen Steine. Ja, bitte? Ich mach die Folgen dann doch so 20 Minuten, 25, vielleicht maximal 30. Aber wie gesagt, diese 40, 50 waren dann doch zu lang. Hab ich dann auch im Nachhinein bemerkt. Eine Botschaft des Schweins. Ihr sucht Streit mit mir? Dafür werdet ihr zahlen. Oh, ich hab doch kein Geld. Ey, 18.11. Ähm. Ja, wie gesagt, das Problem ist, wenn ich solche Mega-Folgen hab, dann komm ich mit dem Aufnehmen auch gar nicht hinterher. Sieg. Ja, haben wir jetzt auch. Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich sagen, das war die Rache der Ratte. Und als nächstes machen wir weiter. Das war die Verteidigung der Heimat. Und das nächste Mal machen wir weiter mit der Rache der Ratte. Und zwar, hier, euer Erzfeind, die Ratte, hat es wieder einmal auf euch abgesehen. Fürchtet ihr euch etwa? Und ja, ähm, es könnte ein bisschen dauern, bis es kommt. Weil jetzt werden erst mal ein paar Stronghold Crusader 2 Folgen kommen. Zum neuen DLC. Ob ich zwischendrin mal jetzt noch ein paar Dinge hochladen kann. Mal gucken. Je nachdem, was die Zeit sagt. Lasst euch überraschen. Dann würde ich sagen, bis zur Rache der Ratte. Bye, bye. Bye, bye.